Guten Tag meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Heyday Und Ähm, ich hab nen Blackscreen Ähm, ja und ich habe mein ganzes Stroh hier verkauft erstmal Ähm, ist geil, dass ich die Sachen auch mit meinem Mausrad abrufen kann Kann man machen So, anscheinend Jo, hat das ja gefrucht, was ich gesagt hab Ähm, ich werd jetzt wieder Neues erstmal reinstellen Denn, äh, ich denke Ich weiß, wir sind noch nicht bei der Hälfte von dem Level ab, aber Wenn ich jetzt schon darauf hinarbeite, auf das Level ab Ich bin der Meinung, die Kohle wird eh ganz später weg sein Ähm, von daher, äh Jo Ähm Ja gut Irgendwann, also wenn ihr im Hintergrund so einen Katzen schnurren hört Dann, ähm Ja, mein Kater sitzt direkt hinter mir und der pennt leicht Äh, weil es noch recht früh ist Ähm, und von daher Ja, wenn ihr den Schnurren hört, tut mir leid So, auf jeden Fall Habe ich mir letztes Mal richtig viel hier schon gemacht Seitdem war ich auch nicht mehr online Ähm Jo Gucken, ob wir noch ein paar Quests erledigen können Denn, ähm Ich muss jetzt hier noch drei Zucker machen Das machen wir doch gleich direkt mal Ähm Drei Zucker Ah, wo ein Zuckerrohr Ah, ich hab gut was angepflanzt Ich hab gesagt, ich mach das halt bis zum nächsten Mal Und hab das halt einfach nicht mehr gemacht Also das mit den, äh Extra-Anpflanzungen hier Kann man machen, so Ähm Es wird übrigens jetzt Ähm Morgen oder übermorgen Wieder eine Folge Mobile Strike Komm, aber halt auf meinem Handy aufgenommen Ich hoffe dann nicht, dass es da auch ruckelt Aber sollte es halt einfach nicht Ähm Sonst finde ich das eine sehr schwache Leistung von den App-Machern Aber gut Ähm So Okay, das Feld ist voll Was will denn die hier? Die will Ach so, die Oh, Mann Schade Brot Die will acht Brot Jo, kann man machen Äh Schweinchen wollten wir ja wieder in Gang bringen Das können wir jetzt Gleich wieder machen So Die werden schon mal wieder dünn gemacht So Genug Eier haben wir jetzt auch schon im Petto Ähm Man merkt vielleicht, dass es etwas Früher ist, weil ich noch ein bisschen ruhiger bin Das fällt mir immer selbst auf, wenn ich das Video bearbeite Ähm Ich versuche mich aber zu bemühen Nicht die Grusche zu halten So Läuft Zweimal Buddha Ähm Ich muss auch kurz in die Quest gucken Was wir denn da Schon erledigen können Ähm Zucker mach ich ja gerade Ähm Burger Eigentlich schon, ne Theoretisch müsste ich das machen können Genau Einen Burger mach ich jetzt Ähm So Als nächstes Dieses Dieses Diese Indigo Das pflanzt ja jetzt gerade an Ähm So Das macht jetzt auch gerade schon fertig Brot Da muss ich mich nochmal Ja Wann anders Äh Ja Daransetzen Ja super Äh Ja und dieses hier Dieses Baumwolle Ähm Das ist ja auch gerade angepflanzt Also an sich Haben wir drei Quests Ähm Die wir eventuell Äh Fertig kriegen könnten Ich drehe mal so ein bisschen am Rädchen Ähm Yeah So wie sieht das halt eigentlich aus Mit dem Hund Das hatte ich mich die ganze Zeit schon mal gefragt Äh Gefragt Und Ähm Freund Okay Davon filmen wir jetzt Davon Einer Okay Ja das wird so lang Aber es wird schon Wird schon So Davon hier noch mehr Alter von viel Ne Zwei und vier Okay Ja gut Ja gut Dann warten wir halt auch Ich mein Ich hab jetzt echt keine Lust mehr Den äh Den so zu kaufen Den Hund Obwohl der geil ist Der Hund Darauf hab ich auch Als erstes hingearbeitet Weil der Hund Den fand ich einfach schon immer nice So Und Ähm Futtermaschine Dann machen wir mal noch ein bisschen Kuhfutter hinterher Ja Kuhfutter Mach mal noch ein bisschen Kuhfutter hinterher Passt schon So Ich muss gucken was dieser eine Pullover da gekostet hat Äh Zeig mal was davon Okay Das ist sehr gut Gebt Baumwolle Eigentlich Wir müssen jetzt Jede Menge Baumwolle Auf jeden Fall Anpflanzen Was ist das hier Indigo Kürbis Zuckerrohr Baumwolle Nur viermal Baumwolle Kriegen wir acht raus Ähm Das wird Ah sehr schwer Noch Äh Die will Brot Ich guck mal ob wer Brot verkauft Zwölf Brot wollte hier oder Oh gut ich hab mal nachgeguckt hab Das ist dann seit ich jetzt Brot gekauft Ich bin ich gar nicht Ähm Joachim Wolle Und verkauft sie überhaupt eine Hm Wann wenn das Schnäppchen noch da ist ne Wann geht es schon Aber ich guck mal wieder mal Greg vorbei Es mal Es ist ja was das angeht mit Schnäppchen immer ganz weit oben ja kann man machen finde ich sehr gut das ist die grau ich bauen wollte ich meine das würde mir auch schon hier gönnen wir hier ist wieder so ein kandidat bei dem weizen braucht auch weizen jetzt fällt mir gerade ein rote mal wieder hart weizen seien krebs wieder für dich um kreik ja schon vor allem fünf viertaus nachseiten irgendwie sind die ganzen leute die was verkauft haben inaktiv Schade. So. Wieso verkauft denn jetzt hier keiner mehr Weizen? Alter, was ist denn da los? Ist doch blöd. So. Gucken wir mal hier noch nach Weizen. 10 Weizen für 36 ist mir zu teuer. Wer sagt's denn? Ja, wir sind voll. So, die haben wir dann schon mal alle... Warte mal. Machen wir doch auch noch irgendwo Brot, ne? 10. Genau, hier verbrochen wir so 12. Aber hey, wir wollen erstmal kurz die Frau hier ab. Frühstücken. Tschüss. Tschüss. So, so erledigt man ganz schnell Quests. Und ich glaube dadurch habe ich nochmal jetzt Minus gemacht. Aber auch wenn durch den Verkauf von meinem Weizen wird das dann wieder alles reinkommen. Gehe ich von aus. Hoffe ich vor allem. Ähm... So, warum... Okay, das ist alles angepflanzt. Karotten mache ich dann nochmal den Rest. Ähm... So. Stelle ich mal rein. So. Und ja, und ansonsten... Ihr habt gesehen, wir haben ein paar Sachen gemacht. Ein paar wichtige Sachen. Und ja, ähm... Ich bin übrigens nicht mehr in meiner Gemeinschaft. Warum sie mich rausgestimmt haben, weiß ich bis jetzt noch nicht. Ähm... Kann ich nicht sagen. Ähm... Ich war ja immer recht aktiv und so. Aber gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video von Mobile Gaming TV. Ciao. Ciao.